Die hierzu erwerbende modernisierte Fünf-Zimmer-Hochparterre-Wohnung befindet sich in Schwerin-Schelf-Stadt. Die Immobilie wurde 1898 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Hochparterre-Wohnung auf 485.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir Salem-Hochparterre-Wohnungum-Hochparterre-ウohnung-Hochparterre-Wohnung. Ich brauche 60 Minuten bei ihr四 man reizdet.